Willkommen bei RTKAT. Als ich mich vor 30 Jahren selbstständig machte, wurde mir sehr bald klar, dass ich hier meinen Traumberuf gefunden habe. Nun beschäftige ich mittlerweile 55 Personen und wir bilden die Lehrberufe Kunststofftechnik und Werkzeugbautechnik aus. Die möchte ich dir nun etwas näher bringen. Von der Idee zur Konstruktion über Spritzgussimulation zum Prototypen bis hin zur Serienproduktion bietet RTKAT mit hohem Automatisierungsgrad die optimale Entwicklungskette. Alles in einem Hause, alles aus einer Hand und super spannend. Ich bin seit ungefähr einem halben Jahr ausgelernt, mache nebenbei Lehre mit Matura. Ich bin damit jetzt mittlerweile fast fertig. Und meine Motivation für die ganze Lehre war einfach die ganzen technischen Berufe, die Fräserei, die Dreherei, weil mich das schon immer interessiert hat. Das ist einfach eine super Motivation, ein super Gefühl. Ich habe meine Lehre aus zwei Gründen angefangen. Der erste Grund, ich kann damit mein Geld verdienen. Der zweite Grund, es fasziniert mich einfach, wie aus einem Kunststoffgranulat so verschiedene Teile entstehen können. Was mir vorgetaubt ist, dass man mit den Händen etwas arbeitet. Das heißt, man macht etwas Mechanisches. Ich war vorher zweieinhalb Jahre lang an der HTL und an der HTL macht man nur Theorie. Und das wird einfach mit der Zeitfahrt. Und da herin im Werkzeugbau, da greift man etwas an, da tut man etwas, da hat man einen Bezug zu dem, was man macht, zu den Werkzeugen und auch zu den Kunststoffteilen, die man machen muss. Ja, und so hat man halt einen Bezug dazu. Mir gefällt einfach das genaue Arbeiten. Ich war bei meinem Bruder, der hat auch Werkzeugbau gelernt. Und mir gefällt auch mehr das Handwerkliche und ich so in der Schule sitze und die Theorie mache. Da liegt mir einfach nicht so. Was mir so taugt an der Firma ist einfach das familiäre Klima. Jeder kennt mit jedem gut aus. Jeder ist mit jedem per Du. Es ist einfach ein super Arbeitsklima. Wie du siehst, kann man mit einer Lehre eine tolle Karriere machen. Wenn du gerne mit computergesteuerten Maschinen und Robotern arbeitest, gepaart mit handwerklichem Geschick und dabei noch etwas verdienen möchtest, bewirb dich auf www.rt-card.at. Hier freut man sich auf Dich. Ich finde ein sehr guter Platz. Vielen Dank.